Da kommen sie. Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu No One Survived. Wie ihr seht, ich bin dabei meine Hordenbase aufzubauen. Aber ich musste einen herben Rückschlag hinnehmen. Einen sehr herben. Schaut mal, was hier im Wasser liegt. Und wo ich nicht mehr rankomme. Der ist mir runtergefallen und ich kriege ihn nicht mehr. Das heißt, ich muss mir einen neuen bauen. Und ich habe da so eine Lust zu, das glaubt ihr kaum. Ja, aber das Geheule bringt alles nichts. Wir müssen los. Wir sind an Tag 13. Äh, 30. Es ist früh am Morgen. Und ich habe noch ein bisschen was zu tun, um das da hinten alles hinzubekommen, dass die Hordenbase steht. Aber vorerst muss ich mir jetzt wieder einen neuen Wagen machen. Weil an den komme ich nicht mehr ran. Definitiv nicht. Ähm, so. Die Dinger sind über. Ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Im Übereifer. Ähm, ja. So, wie war das? Was kostet dieser Wagen denn? Außenbereich. 15 Planken, 8 Teile. Ach, hier drinnen kann ich den gar nicht hinstellen. Okay. 15 Planken, 8 Teile. Ja. So, die haben wir bestimmt hier. Hier zwei. Einer weniger. So. Okay. Das hätten wir. Jetzt brauche ich aber noch. Äh, ich habe keine Stämme mehr. Ach. Okay, dann. Gehen wir da vorne nochmal holzen. Was haben wir denn hier liegen? Ach, keinen davon. Oh, guckt. Hier ist alles leer. Alle Bäume weg. Das ist echt mies. Wenn das so weiter geht. Ist hier vorne nichts mehr grün. Gar nichts mehr. Hä? Okay, ich dachte schon, der kommt gar nicht mehr zu Bett hier. Warum einer noch? Oh, Gott sei Dank. Oh, oh. Da fallen auch noch Stöcker. Ist ja ganz gut. Weil ich muss bald eine neue Axt machen. Also. Passt doch perfekt, nicht wahr? Genau. So. Ja, ist ja schon gut. Übertreibst man nicht. Ein paar Steinchen nur noch mitnehmen. Aber das reicht. Wir haben andere Probleme. Und zwar. Möchte ich gerne heute noch. Also nicht heute heute, sondern im Spiel heute. mit der Hornbase fertig werden. Entschuldigt, bitte. Aber ich bin mal wieder chronisch müde. Ich bin mal wieder. Jetzt noch sieben. Ich habe hier schon reingemacht. Okay. Eins. Zwei. Drei. Sind fünf. Zwei Stück reichen. Zwei Stück reichen erstmal. So, was haben wir? Hunger, Durst haben wir. Ähm, Konserven. Was haben wir? Kohlenhydrate ist nicht viel. Kohlenhydrate fünf. Zehn. Hier sind 25. Oh, hier 30. Schmeckt am besten warm. Ja, dann machen wir das doch. Und hier. Machen wir das noch. Machen wir noch ein bisschen körperliche Stärke. Und gut ist. So. Eins. Zwei. Und. Erstmal ein Stückchen rein. Und gucken, ob das reicht. Wenn es reicht, gut. Wenn nein, haben wir ja noch was da. Mit dem wir arbeiten können. So. Okay. Erledigt. Schnell runter, bevor es anfängt zu brennen. Oh. Da hätte ich ja noch was anderes mit drauf schmeißen können. Aber egal. Jetzt pfeifen wir uns das mal in den Kopf. So. Rein damit. Sehr schön. Und hier müssen wir ungefähr auf dieselbe Zahl kommen. Da 85, da 83. Perfekt. Gut, gut, gut. Aber wo kann man diese blöden Speere denn mal hinpacken? Gibt es nicht sowas wie einen Waffenhalter? Ähm. Sieht nicht so aus, aber es gibt neue Sachen. Teppiche. Eine Vase. Wolfskopfschmuck. Beine Kopf. Beine Kopf. Hirschkopf. Ehrenkopf. Hm. Gebietstabelle. Voraussetzung. Tipps. Was für Tipps. Was für Bausmaterial. Ein Baumstamm. Schützen Sie Ihre Gebäude vor dem Abrüst durch andere Spieler mit dem Bauhammer innerhalb des Territoriums. Aha. Naja, gut. Da ich mit keinem anderen spiele, ist das für mich unerheblich, würde ich sagen. So, Schild. Straßenschild. Die werde ich mir auch bald mal aufstellen. Damit ich, wenn ich dann unterwegs bin, den Weg nach Hause finde. Ähm, Momentchen. Jetzt aber mal ganz vorsichtig. Ich habe nämlich hier was vergessen. Genau diese Dinger hier. So. Oh. Ja. Okay. Ist drinne. Dann. Nein, nein. Plankenregal ist ja hier draußen. Hallo. Dann lass mich mal durch. So, das ist das. Okay. Stöcke auch keiner mehr. Ich bin komplett blank, Leute. So richtig, richtig blank. Ähm. Ja. Was sagt die Uhr? Zehn. Ein paar Minuten haben wir noch. Was habe ich hier noch drinne? Das muss erstmal raus. Das muss erstmal alles raus. So. Nein, nicht mitnehmen. Lagern. Gut. Und hier auch. Hey, jetzt bin ich doch nicht mehr so blank. Okay. Ist die Waffe eigentlich geladen? Äh. Ich glaube, ich nehme doch mal ein Sperr mit. Dafür haben wir sie ja nicht, wa? Da. Für den Fall, dass es da vorne gleich ein bisschen ungemütlich werden sollte. Denn, ich will über die Straße, da hinten hin, wo die Zombies sind. Ich will nämlich hier vorne nicht alles grün abholzen. Ich sag's nochmal. Ich hoffe, der Entwickler macht das so, dass die Bäume nachwachsen. Hier vorne ist nämlich nur, wenn's da wirklich mal schnell gehen soll. Okay. Machen wir da vorne mal weiter. Didi-de-de-de-de-de. Okay. Meine Axt haben wir hier. Und los geht's. Und schon ist er kaputt. Ah ja, sowas von klein, nicht wahr? So, noch ein Steinchen und ein Stöckchen. Ich habe nämlich vergessen, eine Axt mitzünd. Komm schon, ah, da sind Stöcke, alles klar. Gut, dann können wir ja, und zwar ziemlich zügig jetzt. So, und ich will einmal das hier zerlegen. Weil der Honig nimmt nämlich nicht so viel Platz weg. Das Ding. Steht da. So, fertig. Dann kann es weitergehen. Äh, da ist das Bäumchen, was ich gerade gefällt habe. So, einmal in die Knie. Und wieder nach oben. Nichts verloren. Okay, alles da. Und die nehmen wir doch auch noch mit. So, und nun kommt der ganze Spaß hier rein. Da rein. So. Ah. Das gibt es doch nicht. Mensch. Warte, ich will mal was schauen. Eins. Wow, das passt perfekt. Glück gehabt. Gut, da passt ja eh keiner mehr hin. Deswegen können wir das da stehen lassen. Okay, weiter geht's. Immer mal einen Blick auf die Uhr werfen. Ich will nämlich nicht von einer Horde überrascht werden. Oh, oh. Bäumchen kommt. Uh. Oh Gott, ich dachte, jetzt der macht mein Wingskapital. Mein Wegelchen. Okay. Den Rest da rein. Fertig. Du kannst hier unten mal eben rein. Okay. Dann sind hier noch vier. Vier. Da passt keiner mehr hin. Eins, zwei, drei. Sieben Stück passen noch. Sieben Stück. Hm. Mal gucken. Vielleicht passt es ja bei der. Na komm schon. Okay, nein. Passt nicht mehr. Hm. Wie ärgerlich. Na egal. Ab nach Hause. Ausladen. Und dann mal gucken, was wir machen können. Stöcker. Würden bei mir noch Stöcker passen? Ja. Würden sie noch. Ich... Exel mich hier mal ganz kurz durch. Das sind zwei. War dieser hier noch? Und dann... Okay. Der hat keinen Stock mehr aufgenommen. Ah. Wegen denen. Ja. Echt jetzt? Wegen euch? Das ist doch einfach nicht euer Ernst. Oh. Oh nein. Spät? Oh okay. Das passt also noch. Oh je. Ich bin wirklich langsam. Oh man. Würde das nicht hier noch mit reinpassen? Würden die noch irgendwie mit reinpassen? Ja. Das schon. Ich mach die auch mal. Vielleicht machen die ja einen Unterschied. Aber. Schaut euch das an. Es hat gepasst und ich kann wieder rennen. Hier liegen auch noch ganz viele Stöcker. Und ich depp renne immer da rüber und holze diese ganzen kleinen Dinge ab. Das scheint das einzige zu sein, was hier immer mal neu spawnt oder so. Stöcker und Steine. Weil den Rest sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie nachspawnt oder so. So. Hier rum, da rum. Und nun schauen wir mal. Ach ne. Moment. Lassen wir kurz los. Was war's denn, was da jetzt noch gefehlt hat? Ey, ich muss hier aufpassen. Ich muss hier echt langsam laufen. Hier sind 10 Planken. Da sind noch 6 Planken. 10, 26, 36, 46, 46, oh je, 56. 56 Planken noch. Und hier 6, 60 Planken und 8 Fasern. 60 Planken und 8 Fasern. Gucken, ob wir das noch hinbekommen. 60 Planken, 8 Fasern. Ich meine, die Fasern, die hab ich. Die liegen da rum. Ich weiß gar nicht, warum ich die vorher nicht schon reingemacht habe. Aber okay. Wie dem auch sei. Ach, hey. Hier sind ja diese ganzen Dinger noch drin. Wohin nur damit? Ist irgendwie... Was weiß ich, nehm die Stöcker mal raus. Hast nichts mehr. Wollt ihr mich veralbern? Leute, ich hab keine Zeit für Spätchen. Die Horde kommt bald. So, du einmal nach hier unten bitte. Damit ich hier oben Platz habe. Okay. Gut, mir passt leider nicht. Der Fluch. Der Axt. Okay, dann bringen wir die Dinger hier einmal weg. Brauche ich nämlich gar nicht. Hier packen wir nochmal ein paar. So. Dann. Ja. Muss die rausnehmen. Das geht nicht. Na, passt doch. Okay, aber ich weiß nicht, wohin mit denen. Echt nicht. Ah. Hier passt nix. Passt auch nix. Hier ist zu viel Alkohol drin. Oh. Der Kaffee ist einfach Gammel. Okay. Ah, dann passen hier ja noch welche rein. Ach, perfekt. Gut. Na klar. Diese eine passt wieder nicht. Hier mich auch. Das ist doch schon... Das grenzt doch an... Mobbing. Okay. Planken. Stellen wir eine ganze Menge her. Wir brauchen nämlich eine ganze Menge. Ich schalte euch wieder dazu, wenn das erledigt ist, meine Freunde. Bis dennne. So, meine Freunde. Da bin ich wieder. Die letzte Planke läuft gerade durch. Und wie ihr seht, wir haben schon 17 Uhr. In zwei Stunden circa kommt die Horde. Und ich muss mich jetzt beeilen, dass ich wenigstens noch ein, zwei von den Dingern dahin bekomme. Also. Ja, komm doch. Mein Gott. Ich hab doch keine Zeit dafür. Okay. Das raus. Ich hoffe, das reicht jetzt. Weil... Ich bin im Arsch. Wenn das nicht klappt. Wenn das nicht klappt. Dann... Kommen die hier wahrscheinlich hoch. Und... Putter mich zum Frühstück. Dich mach ich als letztes. Das ist schon mal ganz klar. So. Du. 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 Okay. Und hier jetzt im Rückwärtsgang. Einmal der. Was trinkst du denn? Gescheuert. Wenn wir den einmal in die Hand, dann geht das besser. Genau. Oh, Holzspeer fehlt jetzt. Da hab ich jetzt ja gar nicht drauf geachtet. Wisst ihr das? Hier fehlt auch noch Holzspeer. Okay. Ach, Mensch. Es kennt das. Was sagt die Uhr? 37. Das schaffe ich nicht mehr. Ja, auf keinen Fall. So. Ja, die beiden lasse ich dann. Muss jetzt noch... Mich vorbereiten. Okay. Einmal das Hämmerchen weg. Und jetzt nehmen wir die Knarre. Das. Und das Gerät. Sollte ich nehmen ein bisschen mehr Munition mit, als ich vielleicht brauche, aber sicher ist sicher. So. Und dann? Warten wir jetzt hier. Auf die Meute. Oh, da unten ist mein Wagen. Warum ist der da runtergefallen? Braucht ihr den doch? Oh, trinken muss ich. Ist kein Problem. Haben wir dabei. Weil hoffentlich kommt jetzt nicht wieder irgendein Unwetter. So wie es jedes Mal ist, wenn die Horde kommt. So. Null. Okay. Dann. Nehmen sie in die Hand. Und lasst uns loslegen. Mal gucken, wo sie kommen. Und mal gucken, ob ich das hier überlebe. Das ist nämlich auch noch sehr interessant. Nochmal zurück. Ich bin schon ein bisschen angespannt. Ich bin schon ein wenig nervös. 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 Ja. Okay. Oh. Oh. Okay, der ist übergekommen. Reine Munition mehr. Einmal nachladen. Schneller. Oh! Pop weg. Der ist erledigt. Okay, der macht da noch ein bisschen Alarm. Da ist auch noch einer. Die Fallen hier haben ja gar nichts gebracht. Was ist denn hier los? Ja. Was? Also, ich bin schon massivst enttäuscht. Hier ist ja gar nichts gegangen. Da ist ja doch jemand durchgekommen und hat hier voll den Stress geschoben. So, reaktiviere das Ding mal. Keine von den Fallen da oben ist losgegangen. Hier haben sie alles zerstört. Okay, gut. Aber ich bin nicht so überrannt worden, wie ich es befürchtet habe. Also, ist es im Endeffekt doch ganz positiv ausgegangen. Egal, da kümmer ich mich in der nächsten Folge drum. Beziehungsweise, offscreen. Ihr müsst ja nicht unbedingt zugucken, wenn ich da den Kram nur repariere. Wir wollen nur Action erleben. Und eventuell ein bisschen bauen. Und nicht nur reparieren. Kann sein, wenn ihr das nächste Mal zugeschaltet habt, dass ich hier auch schon die Wände gemacht habe. Damit ich hier nicht ständig runterfalle. Ja. So. Ja, dann kann ich meine Waffen wieder wegpacken. Hat sich ja richtig gelohnt. So. Ähm. Okay, ne. Dann nicht so. Dann machen wir das so. Okay. Äh. Das nach hier. So. Der Kram kann einfach hier sein. Fertig. Ja, das war's. Alles klar, meine Freunde. Dann. Schicke ich euch mit diesem Bild. In die Folgenpause. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Und wenn es euch gefallen hat. Würde es mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank.